Herzlich willkommen zum Börsenausblick zu den Aussichten in dieser Handelswoche mit via Self-Invest und Fit4Finanz. Mein Name ist Andreas Bernstein, der Roland Jägen wird auch live dabei sein und live kannst du auch dabei sein, wenn du dich für das Webinar eingetragen hast und deine Fragen dann nach dem offiziellen Teil stellen kannst. Nach dem Intro geht's los. Guten Morgen Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen zusammen. Ja, was für eine Woche, die wir hier schon beim Start gesehen haben. Hochvolatil, so soll auch der ganze Oktober statistisch bleiben, oder? Ja, statistisch ein sehr volatiler Monat und wir haben ja auch einiges, was ansteht. Die neue Quartalssaison in den USA steht vor der Tür, die dann am Freitag traditionsgemäß mit den Banken beginnt. Wir haben einige wichtige Wirtschaftsdaten, auch in dieser Woche aus den USA, die CPI und die PPI-Daten. Von daher sieht man da auch vermutlich, wo es mit der Inflation hingeht, in welche Richtung und wie aggressiv dann vielleicht auch die FED die nächsten Zinsschritte einplanen wird. Ja, apropos FED, da hatten wir ja schon einen doppelten Zinsschritt nach unten. Da wurde genauso ein doppelter erwartet für den November, aber dann kamen die Arbeitsmarktdaten am Freitag, die Non-Farm-Payrolls und die waren weit über den Erwartungen. Und dann hat sich das ganze Zinserwartungskonstrukt so ein bisschen in Luft aufgelöst und mittlerweile erwarten sogar schon einige Marktteilnehmer, dass gar nichts passiert im November. Ja, das hat sich sehr schnell gewandelt und damit können wir auch gerne starten und mal kurz auf das FED-Watch-Tool hier schauen. Das geht oft sehr schnell, wenn irgendwelche Wirtschaftsdaten rauskommen, wie gerade die wichtigen Non-Farm-Payrolls dann letzten Freitag. Und dann schauen wir mal auf die aktuellen Daten und dann sieht man, ja, es hat sich sehr schnell gewandelt hier, das Bild. Das ist fast täglich oder stündlich am Freitag, wo man da Änderungen gesehen hat. Wenn man jetzt mal hier auf die weiteren Wahrscheinlichkeiten schaut für die nächsten Meetings, sieht man eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit von aktuell 93 Prozent, dass es diesen kleinen Schritt geben wird auf 4,5 bis 4,75 Prozent. Aber wie gesagt, das ändert sich häufig sehr, sehr schnell, gerade auch mit den CPI und den PPI-Daten in dieser Woche kann sich das Bild hier auch nochmal sehr schnell ändern. Und da bin ich gespannt, wie die rüberkommt, CPI, PPI, um es mal ins Deutsche zu übersetzen. Verbraucherpreise und Erzeugerpreise sind das. Die kommen Donnerstag und Freitag. Genau. Donnerstag und Freitag sehr, sehr wichtige Daten und dann am Freitag auch der Start der Quartalsaison. Von daher gerade zum Ende der Woche kann man hier mit erhöhter Volatilität auch rechnen. Ja, und Inflation ist natürlich dann das Thema, was auch vielleicht durch andere Anstiege in anderen Assetklassen ausgelöst wird. Und vielleicht fangen wir gleich mal mit dem Ölpreis an, bevor wir auf DAX und Co. schauen. Denn der hat die letzte Woche sehr, sehr stark geendet mit 8 Prozent im Plus. Das war die stärkste Woche seit zwei Jahren. Ja, eine sehr starke Bewegung auf der Oberseite. Ein Ausbruch über die 72-Dollar-Marke, nachdem der Iran da auch sich eingemischt hat, sage ich jetzt mal, in die Auseinandersetzung von Israel mit Hamas und Hisbollah. Auf der anderen Seite der große Angriff letztendlich vom Iran und dadurch natürlich auch die Gefahr, dass vielleicht in irgendeiner Form es da auch zu Gegenschlägen kommt, dass sogar die Ölfelder im Iran angegriffen werden. Und ja, diese Angst sieht man aktuell ganz klar, dass sie im Ölpreis hier auch eingepreist wird. Der Ausbruch über die alten Verlaufshochs hier als Ausbruch zu werten über die 72-Dollar-Marke. Und jetzt ist der Weg fast frei Richtung 77, 77,5-Dollar-Marke. Das wäre die Reversion-to-the-Min-Bewegung hier zum, sage ich mal, fairen Preis des ganzen Jahres. Wir sehen auch das meistgehandelte Volumen in diesem Bereich knapp über der 78-Dollar-Marke. Also es ist bisher kein so volatiles Jahr im Ölpreis. Es ist eigentlich ein seitwärts Konsolidierungsjahr, nachdem wir insbesondere 2022 ein sehr volatiles Jahr hatten. Dann eher den Rücksetzer und die Konsolidierung auf niedrigem Niveau im letzten Jahr. Und das hat sich in diesem Jahr erst einmal fortgesetzt. Aber wir sind ja immer noch sehr, sehr weit entfernt von Höchstständen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber die Volatilität ist zurück im Ölpreis. Und ich denke, da kann man durchaus auch mit weiteren Anschlusskäufen rechnen. Vielleicht dann auch schon in dieser Woche, wenn wir uns in das kleinere Bild einmal etwas reinzoomen, sieht man hier aus. Es war eine trendgerichtete Woche hier im Ölpreis. Wir haben kleine Rücksätze heute Nacht gesehen. Und da folgen schon die ersten Anschlusskäufe. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich diese Bewegung auch noch weiter auf der Oberseite fortentwickelt. Das Szenario hattest du ja schon genannt, dass es vielleicht einen Gegenangriff gibt. Und im Iran Ölfelder brennen und somit der Rohstoff vernichtet wird, der für den Export ja auch für das Land wichtig ist und auch für die Weltmärkte. Die zweite Möglichkeit wäre, dass dir die Weltorganisationen und die anderen Industrieländer einfach sagen, es gibt ein Embargo, wir nehmen kein Öl mehr ab von Iran. Und auch das würde genauso zur Verknappung führen. Ja, das würde das Angebot verknappen und damit auch zu einem höheren Ölpreis führen über vielleicht sogar Wochen und Monate hinweg. Und ja, von daher stehen die Zeichen aktuell insgesamt eher bullisch für den Ölpreis. Und damit kommen wir auf den DAX zu sprechen. Da stehen die Zeichen zum Wochenstart gar nicht mal so bullisch. Der ist leicht im Minus, wenngleich er sich jetzt auch wieder erholt von den Tiefständen. Aber von der Vorbörse aus betrachtet ging es ja schon rund 150 Punkte nach unten. Ja, in der letzten Woche kam man ja schon mal zurück zu den alten Allzeithoos, zu den Ausbruchsniveaus. Dann haben wir eigentlich noch mal eine starke Aufwärtsbewegung am Freitag gesehen. Aber die wird heute wieder eigentlich komplett korrigiert. Wir hatten am letzten Montag hier auch schon mal im Future angesprochen, dass wenn das neue Quartal ähnlich beginnt wie die letzten, dass man zunächst mal mit etwas, mit einigen Abschlägen rechnen könnte. Das haben wir in der letzten Woche schon gesehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich diese Abwärtsbewegung hier im größeren Bild, also hier einmal exemplarisch der 480-Minuten-Chart noch weiter fortsetzt und dann vielleicht die 19.000-Punkte-Marke hier richtungsentscheidend werden könnte. Knapp darunter liegt dann auch das Value Area hoch des letzten Quartals. Und das wird statistisch gesehen sehr, sehr häufig getestet im Folgequartal. Von daher, dass vielleicht eine sehr große Unterstützung, die vielleicht in dieser oder der nächsten Woche auch hier getestet werden könnte. Auf Wochenbasis haben wir in der letzten Woche diesen Rücksetzer gesehen. Heute Morgen in den frühen Morgenstunden hat der VWAP der letzten Woche hier eher als Widerstand fungiert, folgerichtig vielleicht die erste Bewegung hier auch auf der Unterseite, die nach der Kasseröffnung gefolgt ist letztendlich. Da haben wir jetzt sehr, sehr viel Volumen schon in der letzten Stunde bei ca. 19.200 hier im Future ausgebildet. Also da ist durchaus Kaufinteresse vorhanden. Ist jetzt im ganz kleinen Zeitfreunds da vielleicht eine wichtige Unterstützung. Darunter wären dann sicherlich die Vorwochentiefs ein wichtiges Ziel auf der Unterseite. Aber der Markt versucht sich hier aktuell zu stabilisieren. Das sieht man auch in den kleineren Zeiteinheiten. Hier hatten wir auch eine Unterstützung und zwar das Value Area Tief, der vom Freitag war das. Und da haben wir jetzt eine kleine Gegenbewegung gesehen. Aber insgesamt Zeichen heute erst einmal negativ zu werten. Jetzt sieht man auch der VWAP des heutigen Tages als Widerstand hier im ersten Test, also 19.230. Vielleicht für einen kleinen Skype-Trade hier auch auf der Unterseite gut. Und in der Kassa waren es im Tief rund 19.020 Punkte. Also auch da beschäftigt uns die runde Marke. Genauso wie im Nesdeg. Den nehmen wir uns gleich mal als nächstes vor. Denn der war auch sehr volatil, gerade am Freitag. Ich habe die Arbeitsmarktdaten ja auch hier für WA Self-Invest noch einmal im Kanal zusammengefasst gehabt. Und dort gezeigt, dass nach einer ersten starken Euphorie auch sofort die Ernüchterung eintrat. Also ein wildes Hin und Her. Ja, ganz genau. Das sieht man gleich in den kleineren Zeiteinheiten. Insgesamt ist der Nesdegger noch ein Stück weit von den Allzeithochs entfernt. Konsolidiert jetzt über die letzten zwei Wochen hier zwischen 20.000 und 20.500. Also in dieser Range von circa 500 Punkten hier im Future. Die 20.000 wurde in der letzten Woche mehrmals getestet und hielt dann letztendlich auch. Und wenn man dann in eine kleinere Zeiteinheit hier vielleicht auch mal etwas reinzoomt, sieht man in der letzten Woche, es war insgesamt eine seitwärts gerichtete Konsolidierungswoche. Zunächst die Abschläge am Dienstag, dann hat sich der Markt am Mittwoch und am Donnerstag stabilisiert. Und dann gab es nochmal diesen Aufwärtsimpuls nach den Arbeitsmarktdaten, sodass der Markt die Woche dann fast plus minus null beendet hat. Und in dieser Woche sieht es jetzt zunächst auch einmal leicht negativ aus. Und es gibt hier durchaus die eine oder andere wichtige Unterstützung. Auf der Unterseite, die hier getestet werden könnte, der V-Web der letzten Woche bei circa 20.050 Punkten. Und dann natürlich auch nochmal hier die runde Marke von 20.000 Punkten. Über den Vorwochenhochs wäre der Weg dann aber sicherlich frei, um vielleicht auch auf der Oberseite auszubrechen und vielleicht dann in naher Zukunft auch nochmal die Allzeithochs zu testen. Apropos Allzeithochs, das fiel ja dem Dow Jones leichter, neue Allzeithochs hier zu vollziehen. Aber auch da spielt vielleicht der höhere Ölpreis eine Rolle, denn die Energiewerte, Schäfer und Co., die sind ja im Dow Jones gelistet. Ja, ganz genau, die Energieschwergewichte alle im Dow Jones gelistet. Der hat jetzt auch eine Konsolidierung hingelegt über die letzten zweieinhalb Wochen, nachdem die Allzeithochs ausgebildet worden sind, kam der Markt zurück. Aber kann sich hier sehr, sehr gut halten im oberen Bereich. Ja, auch der Jahresrange war nicht allzu volatil in der letzten Woche, hat da eine recht enge Range ausgebildet zwischen circa 42.200 hier im Future und 42.700 und da gab es natürlich durchaus in den kleineren Zeiteinheiten Chancen auf beiden Seiten, möchte ich einmal sagen. Aber insgesamt gab es jetzt keine große Trendbewegung in der letzten Woche. In dieser Woche jetzt auch hier ähnlich wie im Nasdaq. Erst einmal die Schwäche, jetzt sind wir zurück innerhalb der Range, innerhalb der Value Area der Vorwoche. Da muss man schauen, ob sich der Markt hier weiter für eine Konsolidierung entscheidet oder dann im Verlauf dieser Woche vielleicht dann eher auch am Donnerstag oder am Freitag auch der Ausbruch in die eine oder andere Richtung erfolgt. Genau, zwischen Dow Jones und Nasdaq steht der S&P 500 bei manchen Tagesbewegungen, also viele konservative Industriewerte, aber auch Hochtechnologie ist dort verankert und der schleicht sich ans Allzeithoch ran und kann es aber nicht so richtig überspringen in den letzten Tagen. Ja, kann es nicht überspringen, kam hier auch etwas zurück. Zu Beginn der letzten Woche dann am Freitag auch nochmal die Aufwärtsbewegung. Die Allzeithochs hat man knapp verpasst, aber man ist ja auch weiterhin auf sehr hohem Niveau, möchte ich sagen. In der letzten Woche haben wir die alten Allzeithochs als Unterstützung gehalten. Also das war durchaus positiv zu werten. Da war man fast punktgenau herangelaufen. Dann am Mittwoch und am Donnerstag hat in dem Bereich von circa 5.725 Punkten hier im Future dann das Kaufinteresse gesehen und dann die Aufwärtsbewegung nach oben und dann wäre man bei einem starken Handelstag auch wieder im Bereich der Allzeithochs. Von daher, das bullische Bild ist ja auch weiterhin ganz klar intakt und vielleicht sehen wir ja in dieser Woche hier auch neue Rekordhochs. Ja, und dazu beigetragen haben sicherlich auch die chinesischen Aktien. Ich weiß nicht, ob wir den Hang Seng hier dabei haben. Der war nämlich tatsächlich in der Wochenhistorie der stärkste Index, wobei er nicht die ganze Woche handelbar war, denn da gab es ja die goldene Woche, also Feierlichkeiten zum Neujahr auf dem Festland jetzt schon. Den Hang Seng, ich glaube, den habe ich ja nicht mit dabei. Wahrscheinlich als Duck Exchange, die waren auch 8% im Plus. Durchaus eine sehr starke Bewegung bei den chinesischen, insgesamt bei den asiatischen, allen voran. Bei den chinesischen, da können wir uns vielleicht gleich dann die ein oder andere Einzelaktie auch noch näher anschauen. Dann so, sehr, sehr gerne. Bei Einzelaktien, wie du schon gesagt hast, starke Bewegungen. Bevor wir die aber uns genauer anschauen mit den Tops und Flops, würde ich noch gerne einen Blick auf den Euro-S-Dollar werfen. Der spielt so ein bisschen mit der 1,10. Und da die EZB ja die Zinsen senken möchte und die FED vielleicht gar nicht mehr senken kann bei den aktuellen Wirtschaftsdaten, wäre das natürlich wieder ein Plus für den Dollar und würde zu Lasten des Euros gehen. Ja, so in diese Richtung ging jetzt auch die Bewegung in den letzten anderthalb Handelswochen. Also der Markt hat es so ein bisschen verpasst, der Euro hier die Marke von ca. 1,12,5 herauszunehmen. Also die alten Verlaufshoch hier aus dem Sommer 2023. Kommt jetzt wieder zurück nach diesem Ausbruch. Also insgesamt ist man jetzt noch hier in einem leichten Aufwärtstrend, der sich entwickelt hat. Aber dazu müsste hier im Bereich von 1,10 beziehungsweise spätestens bei 1,095 durchaus nochmal Kaufinteresse aufkommen. Das ist hier vielleicht auch ein kleiner Unterstützungsbereich, den es sich lohnt hier einzuzeichnen. Also in diesem Bereich sollte der Markt sich halten. Ansonsten wäre das bullische Szenario auch hier eher zerstört im Chartbild. Und man könnte davon ausgehen, dass der Markt hier nochmal innerhalb in diese alte Range zurückfällt. Aber das ist durchaus eine interessante Marke für diese Handelswoche, wo man sehen wird, ob sich der Markt hier stabilisieren kann. Jetzt viele EZB-Banker, die drängen ja auf eine Zinssenkung. Also ich bin gespannt, was es hier gibt. Isabel Schnabel zum Beispiel hatte auch gesagt, man kann die Wachstumszahl nicht ignorieren. Gerade Deutschland hat ja gar kein Wachstum mehr und ist ja einer der großen Länder in Europa, während es in den USA sehr, sehr gut läuft. Also da muss man, denke ich mal, schnell was tun. Zu den US-Aktien kommen wir direkt. Du hast die Tops und Flops aus der letzten Woche mitgebracht. Ich bin mal gespannt, was sich da getan hat. Ja, schauen wir uns die Einzelwerte hier näher an. Im Dow Jones waren 13 Aktien im Plus, 17 Einzelwerte im Minus auf der Verliererseite zu nennen. Eine Merck & Co., eine Intel und eine Nike hier als Wochenverlierer, die nach den Quartalszahlen noch ordentlich unter Druck geraten ist. Auf der Gewinnerseite ein IBM, eine Chevron hier von dir schon die Energiekonzerne genannt, die ordentlich zugelegt haben in der letzten Woche. Und die Salesforce als Wochengewinner mit Plus 4%. Im Nasdaq auch ein gemischtes Bild, ca. 40 Einzelwerte im Plus, 60 im Minus. Auf der Verliererseite hier zu nennen die Idex Labs, die Warner Products Discovery und die Moderna mit Abschlägen zwischen 7 und 8%. Auf der Gewinnerseite hier auch Energiewerte, die Constellation Energy mit Plus 11%. Die PDD Holdings hier exemplarisch als chinesischer Wert hat deutlich zugelegt mit Plus 14%. Und die Diamondback Energy war der Wochengewinner im Nasdaq mit Plus 14,1%. Und hier sieht man auch der Energiesektor, ja, allesamt im positiven Bereich. Auch eine Exxon Mobile war sehr, sehr stark und, und, und. Eine Occidental Petroleum und viele andere. Nvidia hat auch nochmal zugelegt hier als Schwergewicht aus dem Bereich der Semiconductors, während andere da doch, ja, mit Einbußen zu kämpfen hatten. Auch Meter sticht positiv hervor hier auf der Oberseite. Und Tesla kam etwas zurück. Tesla kam sicherlich auch zurück, weil man hier voller Spannung auch das Roboter-Taxi wartet. Das soll am 10. Oktober präsentiert werden. Und die Zahlen zu den bisherigen Fahrzeugen, die eben nicht robotergesteuert sind, sondern Model 3, Model Y und so weiter, die waren gar nicht mal so gut. Aber das hatte man ja schon eingepreist. Das hatte man letztendlich eingepreist. Die Tesla-Aktie hat sich ja positiv entwickelt über die letzten Wochen, ist hier an Widerstandsniveau herangelaufen. Also diese Hürde von 262 bis 265 Dollar, die hat man jetzt nicht im ersten Anlauf überwinden können, was aber durchaus nachvollziehbar ist. Der Markt kommt etwas zurück. Und aber insgesamt bildet sich hier vielleicht durchaus wieder ein Aufwärtstrend aus, nachdem die Aktie doch eine lange, lange Durststrecke hier zu erleiden hatte. Könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht auch die News zu den Robotaxis hier für einen Ausbruch sorgen könnten in dieser Woche. Von daher sind wir gespannt, was vermeldet wird. Und über 270 Dollar sähe es dann sehr, sehr positiv aus. Und man könnte vielleicht sogar Richtung 300-Dollar-Marke schielen. Also durchaus ein potenzielles Ausbruchsszenario, das sich hier in dieser Woche bilden könnte. Ja, und auch da gibt es vielleicht noch ein Politikum. Man hat den Führer, den Geschäftsführer von Tesla, also den CEO Elon Musk mit Donald Trump wieder zusammen erlebt. Da geht es um wirtschaftspolitische Entscheidungen. Und parallel dazu hat er Anfang Oktober das Model 3 vom US-Markt genommen. Also das heißt, man kann es nicht mehr neu konfigurieren auf der Webseite in den USA. Man muss da vom Hintergrund her wissen, dass die Batteriezellen aus China kommen. Und vielleicht ist das schon so ein erster Hinweis, dass es hier einen Handelskrieg gibt. In Europa kann man das Modell noch bestellen. Und da kommen aber die Batteriezellen beim Zusammenbau in Grünheide aus Shanghai. Ja, dann darf man gespannt sein, wie sich diese Situation weiterentwickelt. Ob man bei dem Standpunkt bleibt, das Modell in den USA komplett vom Markt zu nehmen. Oder ob man dann einfach schaut, wo man anderweitig Batterien beziehen kann. Kann vielleicht sogar eigene produzieren kann in den USA oder auf vielleicht europäische Zulieferer zurückgreift. Von daher darf man gespannt sein, wie es da weitergeht. Und dann warten viele ja auch schon auf das günstige Einstiegsmodell, das dann vermutlich irgendwann im nächsten Jahr präsentiert werden wird von Elon Musk. Von daher, da steht sicherlich einiges an in den nächsten Monaten. Aber jetzt schauen wir sicherlich gespannt auf die Robotaxis, wie da der weitere Weg sein wird mit der Einführung. Das stimmt, ja. Wir haben auch viele Wochen gespannt auf Salesforce und dieses große Gap, was nach den Quartalszahlen im Sommer gerissen wurde, geschaut. Das ist noch nicht ganz geschlossen, würde ich sagen. Ein paar Punkte oder ein paar Dollar fehlen noch. Aber durch neue Analysteneinschätzungen hat sich Salesforce wieder sehr, sehr gut nach oben entwickelt. Ja, hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Hier seit dieser Bereich von 235 Dollar mehrmals getestet worden ist, ist man wieder in dieser Aufwärtstendenz. Hier oben ist noch das angesprochene Gap offen aus dem Frühjahr. Da pirscht man sich so langsam ran. Von daher, das ist auch ein potenzielles Widerstandsniveau. Hier bei ca. 290 Dollar insgesamt ist es jetzt eine große Konsolidierungsrange, die hier ausgebildet wird. Aber es sieht wieder sehr positiv aus. Vielleicht braucht es hier nochmal einen kleinen Rücksetzer und dann den Ausbruch über diese genannte Marke von 290 Dollar. Und dann wäre man auch wieder sehr schnell bei 300 Dollar und dann auch den Allzeithochs. Also es sieht wieder wesentlich positiver aus als in den vergangenen Monaten bei der Salesforce. Ja, wir haben den Ölmarkt schon angesprochen. Die Chevron war bei den Top-Gewinnern mit dabei. Und das ist natürlich neben ExxonMobil einer der großen Profiteure vom steigenden Ölpreis. Die Aktie, die kam ja jüngst unter Druck, kann sich aber jetzt aus der Konsolidierungszone, würde ich sagen, befreien. Ja, die Aktie ist eher weiterhin im Abwärtstrend, zeigt jetzt eine sehr, sehr starke Bewegung in diesem Abwärtstrend. Jetzt muss man schauen, wie weit es letztendlich geht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier in diesem Bereich jetzt nochmal leichter Druck reinkommt, beziehungsweise das nicht an einem Tag überwunden werden kann von deinen kleinen Rücksetzer. Und dann vielleicht auf den Ausbruch spekulieren, wer hier weitere Chancen bei einer Chevron oder bei anderen Energieproduzenten sieht. Auf jeden Fall sieht das Bild wieder wesentlich positiver aus, als wir es noch Anfang September hier geschildert hatten, als die Aktie wirklich deutlich unter Druck geraten ist. Jetzt zeigt sie eine starke Gegenbewegung. Und wie gesagt, vielleicht sprechen wir da in der nächsten Woche ja auch über einen Ausbruch, über die 152, 153 Dollar Marke. Und dann könnte sich hier raus zunächst vielleicht nach einer Konsolidierung auch perspektivisch wieder einen Aufwärtstrend entwickeln. Ja, der kam ja so ein bisschen ins Stocken, nachdem die Aktie lange sehr, sehr gut gelaufen war. 2022, Anfang 2023 ist es jetzt eine leicht abwärts gerichtete Konsolidierung auf hohem Niveau weiterhin, wenn man es in der Historie betrachtet. Und vielleicht hilft der höhere Ölpreis dann auch, die Aktie wieder in höhere Regionen zu befördern. Ja, der Rücklauf kam tatsächlich nach den Rekordergebnissen, die damals erzielt wurden. Wir erinnern uns noch daran, Ukraine-Konflikt, der Ölpreis stark angestiegen. Und das hat natürlich für Chevron pures Geld bedeutet für die Kassen. Aber bei dem aktuellen Kurs, was ich noch attraktiv finde neben dem Chartbild, ist die Dividendenrentie. Die liegt nämlich bei 4,75 Prozent. Ja, durchaus sehr, sehr hoch für solch einen Wert. Von daher, als langfristiger Investor hat man vielleicht schon die Möglichkeit genutzt, sich hier zu positionieren in der Aktie. Ansonsten für Swing Trader, denke ich, gibt es noch die eine oder andere Gelegenheit, sollte sich hier das Chartbild noch etwas ändern. Ja, die IBM hatten wir auch ab und an mal hier mit in der Berichterstattung. Da geht es ja letzten Endes darum, dass man auch diese Quantencomputer, die mit künstlicher Intelligenz ganz, ganz schnelle Datenverarbeitung realisieren können, in Gang setzt, beziehungsweise auch mehrere Datencenter mit diesen Quantencomputern ausstattet. Und da ist tatsächlich der erste Standort außerhalb der USA eröffnet worden in Deutschland. Ja, sehr positiv zu bewerten, dass es hier auch einen Standort in Deutschland von der IBM gibt. Die Aktie kennt weiterhin nur eine Richtung, seit sie über die 200-Dollar-Marke ausgebrochen ist und diesen Bereich nochmal getestet hat Anfang September. Ja, kennt sie kein Halten mehr. Mittlerweile sind wir schon in Regionen über 225 Dollar angekommen. Also eine sehr, sehr starke aufwärtsgerichtete Trendbewegung und da sollte man sich weiterhin nicht entgegenstellen. Also vielleicht, wer positioniert ist, den Stopp hier nach und nach unter die lokalen Tiefs nachziehen und Teilgewinne mitnehmen auf dem Weg. Ansonsten aktuell nicht unbedingt eine Einstiegsgelegenheit auf diesen hohen Niveaus. Die wird sich hier vielleicht nach einer längeren Seitwärtskonsolidierung nochmal bieten. Aber aktuell gibt es kaum Brücksetzer, sondern fast alle Handelstage hier im grünen Bereich über die letzten Wochen. Zur Eröffnungsveranstaltung in Ening übrigens in Baden-Württemberg. Am 1. Oktober war auch unser Bundeskanzler Olaf Scholz mit dabei. Also der schaut nicht nur bei Tesla-Werkseröffnungen vorbei, sondern auch eben bei so einem großen US-Unternehmen. Ja, positiv, dass er sich da auch vermehrt für die Wirtschaft interessiert und da auch bei solchen Veranstaltungen vorbeischaut. Ja, wir schauen mal, was das auch für ihn bedeutet am Ende. Aber wir wollen nicht politisch diskutieren, sondern auch die asiatischen Werte schauen. Du hattest es schon angesprochen, die hatten eine sehr, 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 sehr starke Woche. Und wir haben die PDD Holdings wieder im Plus. Diesmal mit 14 Prozent im Nasdaq der zweite stärkste Wert. Und ja, gelingt damit jetzt das Überspringen in der letzten Widerstandszone? Was denkst du? Ja, es sieht aktuell sehr positiv aus. Also hier hat man wirklich innerhalb weniger Handelstage diese komplette Range durchlaufen, nachdem man ja auf der Unterseite ausgebrochen ist. Das ist letztendlich jetzt als Fehlausbruch zu werten. Man hat die 100-Dollar-Marke sehr schnell zurückerobert. Jetzt steht man hier schon wieder 50 Prozent höher bei über 150 Dollar. Und das ist jetzt auch die Marke, die es zu halten gilt. Also über 150 Dollar kann man dann vielleicht hier auch Richtung Jahreshochs handeln, Richtung 164, 165 Dollar. Aber vielleicht braucht es auch mal zumindest eine Seitwärtskonsolidierung, um diese starke Bewegung jetzt etwas zu verarbeiten. Und dann könnte der nächste Impuls hier auch gestartet werden. Also insgesamt eine sehr starke Bewegung. Man ist noch innerhalb dieser großen Range. Aber sollte jetzt dieser Ausbruch nachhaltig gelingen, könnten da weitere Anschlusskäufe folgen. Das ist eines der drei großen E-Commerce-Unternehmen aus China. Und vom Umsatz her, ich habe das mal mit den anderen beiden verglichen, kommt man auf die Hälfte vom Umsatz von Alibaba und nur auf ein Drittel vom Umsatz von JD.com. Aber das Unternehmen wächst eben dynamischer, was die Marschen angeht. Und gerade im Billigsegment mit der Temu-App beispielsweise auch in Europa kann man sehr, sehr viele Kunden begeistern, zumindest einmalig zu bestellen wie bei mir. Ja, da hat man wirklich groß expandiert in Deutschland, in den USA, mit dieser genannten Temu-App. Das scheint weiterhin sehr, sehr erfolgreich zu sein, auch was die App-Downloads anbelangt und die Umsatzentwicklungen hier außerhalb Chinas in Europa und den USA. Und da werden wir schauen, ob sich das auch weiter so entwickelt in den kommenden Quartalen. Auch dazu noch die Margen nachgereicht. Also PDD hat eine operative Marge von 34 Prozent, Alibaba 15, Shady nur 3 Prozent. Also da ist schon ein großer Unterschied vorhanden. Was war denn mit Diamondback Energy los? Also die Aktie war ja auch mal ein Momentum wert, wenn ich mich richtig erinnere. Ganz genau. Da hatten wir sie schon mal bei den Stockboxen mit dabei als Momentum-Aktie. Sie kam etwas zurück von den Rekordhochs, hat hier eine ABC-Korrektur hingelegt. Aber was sehr erfreulich war, dass die alten Hochs hier gehalten haben bei ca. 170 Dollar. Und seitdem sieht man jetzt in der letzten Woche den sprunghaften Anstieg. Man hat damit direkt alle gleitenden Durchschnitte wieder zurückerobert. Und die Aktie könnte jetzt diesen Aufwärtstrend, in dem sie ja lange, lange war, weiter aufnehmen oder weiter fortsetzen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn die Aktie sich über 190 Dollar halten kann, dass wir dann hier vielleicht nach einer kurzen Verschnaufpause den nächsten Impuls sehen. 200 Dollar, die runde Marke, ist natürlich auch eine kleine Hürde. Dann dies zu überwinden gilt. Und darüber wäre der Weg frei, sicherlich zu den Rekordhochs hier. Weiterhin ein bullisches Chartbild, das wir hier sehen. Und nach dem Rücksetzer und diesem doppelten Test hier der alten Allzeithochs eine sehr, sehr starke Bewegung. Ja, die Diamondback Energy, die hat auch eine hohe Dividendenrendite über 4%, 4,16%. Also das trifft für die meisten Energiewerte zu, würde ich sagen. Ja, das sieht man sehr, sehr häufig, dass dort hohe Dividenden gezahlt werden. Von daher, wenn man da einen guten Einstieg gefunden hat, auch als mittel- bis langfristiger Investor, lohnt es sich da auch häufig, länger investiert zu bleiben. Dann können wir uns auch gerne noch die Constellation Energy mit anschauen. Auch da gibt es weitere Kaufbewertungen von Wolf Research beispielsweise. Und das treibt dann den Kurs weiter. Das Unternehmen oder die Aktien, wollte ich sagen, sieht von den drei Energieaktien, die wir uns heute anschauen, noch am stärksten aus. Sieht ganz klar am stärksten aus. Das ist noch die News von vor zwei Wochen, als Microsoft ja gesagt hat oder garantiert hat, dann über, ich glaube, über 10 oder 20 Jahre die komplette Energie eines Kernkraftwerks abzunehmen. Das jetzt wieder in den Betrieb gegangen ist, dieses Three Mile High Kernkraftwerk, was einfach von Microsoft benötigt wird, um die ganzen KI-Server am Laufen zu haben, die großen Rechenzentren. Und das hat die Aktie beflügelt zu dem Ausbruch geführt. Und da haben wir deutliche Anschlusskäufe auch in der letzten Woche gesehen. Also da schielen viele jetzt schon auf die runde Marke von 300 Dollar, auch das Ziel einiger Analysten. Und eine sehr, sehr starke Bewegung sollte man sich auf keinen Fall entgegenstellen. Und ja, die Aktie ist auch zu weit gelaufen, um jetzt auf diesen hohen Niveaus einzusteigen. Also da würde man sich dann auch eine Konsolidierung wünschen, um dann vielleicht nochmal die Möglichkeit zu haben. Auf jeden Fall eine extrem starke Bewegung hier nach diesem Ausbruch auf der Oberseite. Ja, starke Bewegung. Erwarten wir vielleicht auch noch von einigen Aktien, die Quartalzahlen jetzt für das zweite Quartal melden. Du hattest schon angedeutet, ab dem Freitag beginnt die neue Quartalssaison. Bis dahin gibt es noch weitere Unternehmen, wie zum Beispiel die PepsiCo. Genau, die PepsiCo vermeldet dann morgen ihre Quartalszahlen. Und die haben wir uns auch schon länger nicht mehr angeschaut. Hat sich auch nicht allzu viel getan. Die ist letztendlich weiterhin innerhalb dieser großen Konsolidierungsrange hier auf der Unterseite. Eine wichtige Unterstützung bei ca. 158 Dollar. Auf der Oberseite hatte man zwischenzeitlich hier so eine kleine Hürde zurückerobert, die den Bereich von ca. 174, 175 Dollar kam jetzt aber wieder zurück. Von daher aktuell weiterhin hier innerhalb dieser großen Range gefangen. Und da muss man schauen, ob die Quartalszahlen hier für eine Bewegung sorgen könnten in die eine oder andere Richtung. Also aktuell nicht wirklich Handlungsbedarf hier vor den Quartalszahlen, aber danach kann sich das Bild durchaus hier auch wandeln. Wer kommt noch in dieser Woche mit Bilanzdaten? Die Tilray. Ich hatte es schon angedeutet am Freitag, dass wir uns das heute anschauen. Das Versprechen möchte ich natürlich einhalten. Tilray werden wir wahrscheinlich auch noch mal mit einem extra Video im FreeStocks-Kanal und den Quartalszahlen dann beleuchten. Da sieht es aktuell sehr, sehr brisant aus an der mehrjährigen Unterstützung. Ganz genau. Die Aktie kam wieder zurück. Hat ja schon hier Anfang September diesen Unterstützungsbereich von ca. 1,6, 1,65 getestet. Es gab einen Aufwärtsimpuls, aber jetzt sind wir schon wieder in diesem Bereich. Also das ist eine Unterstützung, die schon mehrmals getestet worden ist und je häufiger so eine Unterstützung dann getestet wird, umso unwahrscheinlicher ist, dass die vielleicht ein weiteres Mal hält. Von daher sind wir sehr gespannt auf die Quartalszahlen. Aktuell, sollten die in irgendeiner Form enttäuschen, könnte ich mir hier einen Ausbruch auf der Unterseite vorstellen. Ansonsten natürlich genauso schnell geht es in die andere Richtung. Auf der Oberseite muss dann dieser Bereich von 1,9, 1,95 überwunden werden und dann letztendlich auch die 2-Dollar-Marke, um dann vielleicht perspektivisch ja auch wieder in einen Aufwärtstrend überzugehen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Aktie, die auch immer sehr häufig gewünscht wird. Von daher analysieren wir auch sie gerne nochmal in einem Sonderformat und schauen dann, in welche Richtung hier vielleicht das Pendel nach den Zahlen ausschlägt. Machen wir sehr gerne. Und apropos Sonderformat, wer Fragen hat, darf sie gerne schon in den Chat stellen. Wir sind leider mit 30 Minuten für den offiziellen Teil erst einmal durch. Ich sage danke für die vielen Infos, Roland Jägen, und wir verstehen uns ja eigentlich jetzt hier weiter. Ganz genau. Wir wünschen allen eine erfolgreiche Handelswoche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.